Wer ist der Lehrer? Ist der Lehrer der Gottfried Sumser? Wer ist der Lehrer? Der Lehrer ist der Heilige Geist, dein geistiges, hohes Selbst. Das ist der Lehrer. Und es dreht sich niemals um die Person Gottfried Sumser. Es dreht sich immer nur um die Lehre des Kurses in Wundern, dem universellen Lehrplan. Und es dreht sich auch nicht darum, dass du der Ansicht bist, Gottfried Sumser hat dies und jenes gesagt und deshalb ist es wahr. Es dreht sich darum, dass du die Wahrheit in dir erkennst. Das ist die Motivation, warum du täglich diese Podcasts hier hörst. Erkenne die Wahrheit in dir. Denn solange du dich noch auf jemanden beziehst, auf eine Person beziehst, Es spielt keine Rolle, wer das ist, ob das Oscho ist oder Karl Dall oder ob das Freud ist oder Jung. Es spielt keine Rolle. Beziehe dich nicht auf eine Person. Beziehe dich auf die Lehre. Was sagt dir die Lehre? Und wenn der Lehrer der Heilige Geist ist, dann kannst du dich völlig entspannen und musst nicht danach schauen, ob andere dasselbe lernen wie du. Es haben sich inzwischen schon viele Gruppen zusammengetan, die aufgrund der Podcasts, die ich aufspreche, also Kurs in Wundern Gruppen zusammengetan und die sich danach ausrichten. Das finde ich großartig und ganz wundervoll. Und gleichzeitig möchte ich dir sagen, wir sind einfach nur ein gutes Beispiel für diese Lehre. Wir maßregeln andere nicht. Wir sagen ihnen nicht, du sollst lieber Schnaps trinken anstatt Whisky, du sollst lieber Fleisch essen anstatt vegan oder du sollst lieber diese Droge nehmen anstatt jene. Wir wollen nicht die Illusionen austauschen. Wir wollen nicht lehren, was der andere tun soll und was er nicht tun soll. Sondern wir lassen die Heiligkeit wirken in den Gruppen, in denen du dich zusammenfindest. Wir maßregeln nicht. Maßregeln ist eine alte Pädagogik. Und diejenigen, die das tun, die sollten dies nochmals für sich überprüfen. Und wir bringen auch keine düsteren Zukunftsprognosen in die Gruppen hinein oder in die Welt hinein. Diejenigen, die das tun, die sollten erstmal ihre eigenen Bilder erlösen. Wir lehren durch unsere Heiligkeit. Wir lehren durch unsere Ganzheit. Wir gehen voran als das Licht der Welt und nicht als die Moralapostel oder die Versicherungsmakler, die erst Angst schüren, damit du dich motiviert fühlst, den Kurs in Wundern zu machen oder eine andere spirituelle Lehre dir aneignest. Wir sind keine Versicherungsmakler. Wir sind diejenigen, die sich für den Geist Gottes öffnen, um das Licht hereinzubringen dort, wo bisher Dunkelheit wahrgemacht wurde. Damit die Tränen, damit die Schmerzen, damit der Tod sich im Geiste der Welt heilt. Du kannst deine ganzen alten Konzepte, wie der andere lernt und am besten lernt, die kannst du alle loslassen. Wenn du dich auf dein hohes Selbst berufst, auf den Heiligen Geist berufst, kannst du völlig vertrauen, dass derjenige, der mit dir ist, auf seine Art und Weise lernt, vielleicht sogar schneller wie du, vielleicht sogar intensiver wie du. Nur merkst du es noch nicht, weil du auf eine Art und Weise auf die anderen schaust, die in dir noch nicht erlöst ist. Wenn der Heilige Geist der Lehrer ist, dann ist der Heilige Geist auch der Lehrer im Anderen, in deinen Schwestern und Brüdern. Und dann brauchen wir sie nicht zu Maß regeln. Wir brauchen keine dunklen Prognosen hineinbringen. Wir können völlig vertrauen, uns zurücklehnen und entspannen in dem tiefen Wissen, dass der Heilige Geist der Lehrer ist. Die Schüler kommen von überall her, von allen Kulturen, von allen Traditionen, von allen Prägungen, sowie die Lehrer von überall her kommen. Und diejenigen, die sich finden in diesem Lehrplan, die passen perfekt zusammen, um miteinander zu lehren und zu lernen. Und ich wiederhole es erneut, durch den Heiligen Geist, durch die Stimme Gottes, durch die Ausdehnung der Liebe Gottes. Also entspanne dich. Es gibt einen perfekten Plan für jeden. Und wenn wir glauben, er sollte lieber Whisky trinken anstatt Schnaps, dann wollen wir wieder die Illusion besser machen. Das ist in etwa gleich, wie wenn wir sagen, du musst jetzt diese Lektion machen, und zwar jeden Tag, zu dieser Zeit, und wenn du es nicht getan hast, dann. Das ist das Gleiche, wie wenn wir sagen, nimm lieber diese Droge oder jene Droge. Wir wollen nicht mehr die Illusionen austauschen. Der Lehrer Gottes vertraut auf den Lehrplan des Heiligen Geistes, auf das er wertschätzt und respektiert das Drehbuch eines jeden Einzelnen. Und dann wird das, was da ist, vollkommen respektiert und anerkannt. Und wir sind nicht dazu da, um anderen eine Predigt zu halten oder ihnen zu erklären, was sie alles falsch machen. Wir sind hier, um unsere Heiligkeit zu repräsentieren. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Was gibt es dann noch zu verändern? Was gibt es dann noch zu manipulieren? Welche Illusion soll dann noch wahr werden? Derjenige, der andere dazu motiviert, sie müssten schneller und besser lernen oder dieses oder jenes tun, die haben ihre Heiligkeit. Ihre Ego-Heiligkeit vielleicht gefunden, aber nicht mehr. Sie sind immer noch in der alten Pädagogik gefangen. Lass all diese Spiele los. Wir sind hier, um diese einzige Beziehung zum Heiligen Geist herzustellen, zu unserer Ganzheit, die uns lehrt. Dein Lehrer ist der Heilige Geist. Ich bin ein Kanal dessen und ich benutze Worte, die du verstehen kannst. Und es dreht sich nicht um die Worte. Es dreht sich um das, was du jetzt fühlst. Und niemals um die Worte. Und deshalb finde deine Wahrheit jenseits der Worte. Denn die Worte können niemals beschreiben, was du in Wahrheit bist. Und die Worte können niemals beschreiben, was die Wahrheit ist. Du findest es genau jetzt. Denn es wurde jetzt durch die Wahrheit zu dir gesprochen. Und die Wahrheit kannst du erkennen. Du erkennst sehr genau die Wahrheit und du erkennst sehr genau den Konflikt. Der Konflikt ist in dir, so wie die Wahrheit. Und jedes Mal, wenn du die Wahrheit angesprochen wird, dann beginnst du, dich mit der Wahrheit zu identifizieren und durch diese zu leben. Und immer wenn du im Konflikt bist, dann kannst du diesen auch loslassen und stattdessen Frieden sehen. Und wenn wir hier von deiner Heiligkeit sprechen, vielleicht hörst du diesen Podcast zum ersten Mal, dann scheint das etwas zu sein, was du vielleicht noch nicht so annehmen kannst. Heiligkeit, das hört sich so kirchlich an, so religiös. Wir sprechen von deiner Ganzheit. Und wir benutzen hier diese Worte, um dich an etwas zu erinnern, was jenseits deines Verstandes existiert. Wo ist der Lehrer? In dir. Und er spricht jetzt zu dir. Fühle ihn. Untertitelung des ZDF, Und immer wenn wir bereit sind, den inneren Lehrer zu fühlen, findet in uns eine geistige Bewegung statt. Wir beginnen anders auf die Welt zu schauen. Die Bilder, die wir gemacht haben, lösen sich vollkommen auf. Wir begeben uns in die Gegenwart und wirken aus der Gegenwart. Du kannst dir mal irgendeine Person jetzt, mit der du dich noch im Konflikt befindest, aufrufen, vielleicht mit geschlossenen Augen. Du denkst an diese Person. Und sagst ihr im Geiste, meine Heiligkeit umhüllt dich. Und jetzt hast du deinen inneren Lehrer mobilisiert, der dieses Bild, das du bisher auf diese Person projiziert hast, in dir heilt. So dass tatsächlich das Bild verschwindet. Für mich sind diese Bilder dann einfach nicht mehr verfügbar. Einfach weg. Es ist nicht mehr da. Und dies wird auch bei dir geschehen. Sei hier drin einfach nur beständig in der Übung. Sei sanft mit dir. Sei geduldig mit dir. Nur das Ego hat es wieder mal eilig. Es muss wieder mal irgendetwas richtig und anders machen. Oder dir erzählen, das hast du nicht richtig gemacht. Sei einfach mit einer Sanftheit da, die jenseits dieser Welt ist. Denn dein innerer Lehrer ist sehr, sehr sanft. Er hat keinerlei Strenge in sich. Er schaut dich mit Sanftmut an. Und sagt dir einfach nur, hey, Kind Gottes, komm, lass uns diese Lektion gemeinsam lernen. Ich führe dich. Du brauchst nur diese kleine Bereitschaft aufzubringen. Du brauchst nur diesen einen kleinen Motivation aufzubringen, diese Lektion heute zu lernen. Und ich werde dich führen. Ich, dein innerer, sanfter, liebevoller Lehrer. Und so kannst du jede Lektion angehen. So kannst du mit jeder Lektion sein. Und so kannst du jeden Tag verbringen. Und je öfters du das tust, desto leichter fällt es dir, deinem inneren Therapeuten, deinem inneren Tröster, deinem inneren Heiler zu begegnen. Und er will, dass du glücklich bist. Denn Gott will, dass du glücklich bist. Und er ist seine Stimme. Er, der Heilige Geist, ist der Repräsentant der Liebe Gottes. Und Jesus hat ihn, den Heiligen Geist, vollkommen in sich, durch sich hindurch wirken lassen. Und deshalb ist auch heute seine Lehre, auch durch viele Versuche, sie zu verunstalten, immer noch attraktiv. Und deshalb ist heute der Kurs in Wundern zu dir gekommen, um die Lehre auf eine Art und Weise zu verstehen, die du für dich annehmen kannst. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Aus meiner Heiligkeit kommt die Wahrnehmung der wirklichen Welt. Da ich vergeben habe, sehe ich mich nicht mehr als schuldig an. Ich kann die Unschuld akzeptieren, die die Wahrheit über mich ist. Mit verständigen Augen gesehen, ist die Heiligkeit der Welt das Einzige, was ich sehe. Denn ich kann nur die Gedanken bildhaft vor mir sehen, die ich über mich selbst habe. Ja, und unsere Bilder werden verschwinden, wenn wir heute unsere Heiligkeit in alles hineinbringen. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Welch ein Geschenk, welch ein Trost, welch eine Liebe und welch ein Frieden werden wir dadurch in uns selbst erfahren und der Welt schenken. Deine Ganzheit, deine Vollkommenheit, deine Schönheit, dein Licht umhüllt heute alles, was du siehst. Meine Heiligkeit segnet die Welt. Die Wahrnehmung meiner Heiligkeit segnet nicht nur mich. Jeder und alles, was ich in ihrem Licht sehe, hat an der Freude teil, die sie mir bringt. Es gibt nichts, was abseits dieser Freude wäre, weil es nichts gibt, was meine Heiligkeit nicht mit mir teilt. Wenn ich meine Heiligkeit wiedererkenne, erstrahlt die Heiligkeit der Welt, sodass sie alle sehen. Also du brauchst der Welt nicht mehr zu erzählen, wie heilig du bist oder wie toll du bist oder wie erwacht du bist oder ähnliche Dinge mehr. Die Welt wird es sehen. Und wenn es sie noch nicht gesehen wird, dann dreht es sich darum, dass vielleicht noch etwas zu tun ist. Vielleicht. Aber wenn du deine Heiligkeit der Welt schenkst, wirst du sie in dir erfahren. Was ich gebe, empfange ich. Deine Heiligkeit ist nicht nur für dich alleine. Deine Heiligkeit ist ein Geschenk an die ganze Welt. Und wenn du dich in deiner Heiligkeit befindest und diese Heiligkeit somit alles segnet, warum musst du dich dann noch darum kümmern, was der andere zu lernen hat. Du ruhst in deiner Heiligkeit und du weißt, dass das Beste für alle geschieht. Und hier eine wunderbare Lektion für dich, ein Geschenk deines inneren Lehrers an dich. Es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Und das ist ein wirklicher Quantensprung. Denn dann musst du nicht mehr deine Probleme lösen, deine Geschichten klären, deine Beziehungen harmonisieren. Es gibt nichts, was meine Heiligkeit in dieser Situation nicht vermag. Das ist das Geschenk des Himmels an dich. Aber du kannst dieses Geschenk erst erfahren, wenn du es öffnest. Nimm dieses Geschenk an und beginne es in allen Situationen zu öffnen, anzuwenden. Es ist ein Segen für dich und für die ganze Welt. Für deine Familie, für deine Freunde, für deine Kinder, für deine Haustiere und für alles, was dich umgibt. Für die ganze Welt. Du schaltest deinen Fernsehsender an und du siehst die Nachrichten oder du schaust dir irgendetwas an oder du siehst irgendetwas durch deine Zeitungen und du sagst dir einfach, es gibt nichts, was meine Heiligkeit nicht vermag. Und hierbei dehnen wir automatisch unsere Heiligkeit aus, unser Christusgewahrsein und wir nutzen das, was uns vom Himmel gegeben wurde. Wir schlagen unser Erbe nicht mehr aus. Wir nehmen unser geistiges Erbe an, das uns von Gott gegeben wurde. Meine Heiligkeit ist in ihrer Heilkraft unbegrenzt, weil sie in ihrer Erlösungskraft unbegrenzt ist. Was außer Illusionen gibt es, wovon man erlöst werden müsste? Und was sind alle Illusionen anderes als falsche Vorstellungen über mich selbst? Meine Heiligkeit hebt sie alle auf, indem sie die Wahrheit über mich selbst bekräftigt. In der Gegenwart meiner Heiligkeit, die ich mit Gott selbst teile, schwinden alle Götzen dahin. Meine Heiligkeit muss natürlich infolgedessen meine Erlösung sein. Da meine Heiligkeit mich aus aller Schuld erlöst, heißt meine Heiligkeit erfassen, meine Erlösung zu erfassen. Es heißt auch, die Erlösung der Welt zu erfassen. Habe ich meine Heiligkeit erst einmal kapiert, akzeptiert, so kann mich nichts mehr ängstigen. Und weil ich furchtlos bin, muss jeder mein Verstehen mit mir teilen, dass die Gabe Gottes an mich und an die Welt ist. Wird es nicht Zeit, unsere Heiligkeit hier wirksam werden zu lassen? Anstatt unsere Geschichten, unsere dunkle Pädagogik, unsere dunklen Prognosen und unsere Maßregelungen, du sollst dieses oder jenes tun? Wird es nicht Zeit, die Metaperspektive einzunehmen und die Metaphysik in sich wahrzumachen? Über allem hinweg zu schauen und das Licht in sich wahrzumachen, indem du es im Anderen siehst, als Segen für alle? Deine Heiligkeit ist deine Erlösung und nicht deine Ideen über dich oder die Welt. Die Welt ist ein Spiegel und keine Tatsache. Und solange du noch auf den Spiegel reagierst mit deinen Ideen und Konzepten, solange hast du etwas zu tun. Ich bin gesegnet als Sohn Gottes. Hierin liegt mein Anspruch auf alles Gute und nur das Gute. Ich bin gesegnet als ein Sohn Gottes. Alle guten Dinge sind mein, weil Gott sie für mich bestimmt hat. Ich kann weder Verlust noch Entzug oder Schmerz erleiden, aufgrund dessen, wer ich bin. Mein Vater unterstützt mich, schützt mich und führt mich in allen Dingen. Seine Fürsorge für mich ist grenzenlos und bei mir immer da. Ich bin gesegnet als sein Sohn. Ich bin gesegnet in seiner Heiligkeit. Ich bin gesegnet durch seine Liebe, durch sein Licht, durch seine Freude und seine Schönheit. Und wir werden es erfahren, wenn wir heute unsere Heiligkeit in alles hineinbringen. Deine Heiligkeit ist deine Erlösung und es gibt nichts, was deine Heiligkeit nicht vermag. Deine Heiligkeit vermag alles. Dein Licht vermag alles. Nutze es. Deine Heiligkeit ist deine Erlösung, die Heiligkeit nicht vermag alles. Deine Heiligkeit ist deine Erlösung, Danke für deine Aufmerksamkeit und dein Zuhören des Lebe-Majestätisch-Podcasts. Abonniere diesen Kanal, damit du keine neue Folge verpasst und hinterlasse eine Bewertung. Ich freue mich, wenn du diesen Inhalt teilst, damit noch mehr Menschen ihren inneren Frieden finden. Du kannst auch gerne meine Webseite besuchen, um weiteres über mich und meine Arbeit zu erfahren. Den Link findest du in der Beschreibung. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei der nächsten Folge. Dein Gottfried Sumser Dein Gottfried Sumser